Servus und Hallo zum Monster Truck Championship! Was war das für eine Scheiße in der letzten Folge? Kann man nicht anders sagen. Und direkt hinterher die Zerstörung. 40 Sekunden für 300.000 Punkte. Jawoll. Aber gedacht, das letzte war schon scheiße. Ein weiterer Wettkämpfer hat den Freestyle-Lauf angesehen. Ein fantastisches Vorgang. Na, ist schon vorbei. Die Strecke kenne ich doch. Heute sind wir in Charleston, West Virginia. Ein weiterer Wettkämpfer hat den Lauf gestartet. Ja, hier die Zerstörung nicht mehr. Hier die Zerstörung. Ich hätte gerne mitgenommen gehabt. Egal. Ja, so wird das nix. Da kommt es einfach nur darauf an, dass ich lange Kombos habe. Hier brauche ich. 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 Hier Springer. Hier könnte man dann nur so Zeug machen können. Was für ein Geschwindigkeitssehmer. Ein unglaublicher Baron Roll. Sechster Platz. War klar. Neustart. Neustart. Gut. So. Heute sind wir in Charleston, West Virginia. Ja, halt die Klappe. Das interessiert mich einfach nicht. Und ein weiterer Teilnehmer ist gestartet. Hier brauche ich. 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 Hier habe ich die nächste Zerstörung. Und Spruch. Gut. Neustart. Heute sind wir in Charleston, West Virginia. Alle sind hierher gekommen, um echte Zerstörungen zu sehen. Und ich bin ganz sicher, heute geht es gnadenlos ab. Der Wettbewerb beginnt gleich. Hier. Hier. Hier war der Fahrt. Hier. Das war zu spät. Neue Start. Oh gut. Bombe! Scheiße! War zu langsam. Das wird halt nix. Und da haben wir einen weißigen. Achterplatz. Gott wird ja schlecht. Neustart. Habe ich doch gemacht. Oh Gott, das wird schon wieder so eine halbe Stunde folgen. Das ist die West Virginia. Führung Gas runter. Hierher. Die Zerstörung immer mit. Die Zerstörung immer mit. Die Zerstörung hätte gern. Cut. Zerstörung, Zerstörung, Zerstörung. Neustart. Okay. Heute sind wir in Charleston, West Virginia. Die Zerstörung. Die Zerstörung. Die Zerstörung. Die Zerstörung. Und ein weiterer Teilnehmer ist gestartet. Schauen Sie sich diesen Bicycle an. Okay. Wenn ich zuerst zurückfahre. Heute sind wir in Charleston, West Virginia. Weil sie ein Wheeling macht. Ein anderer Fahrer startete den Lauf. Dann kann der eine Mehre geben werden. Another day was mich um Computer davon puedearf. Dann könnten wir das in Show 14 stellen. Das ist eine der Winkel. Und dann. Wir haben eine Bicycle. Okay, das schaut immer gut aus. Okay. Ja, geht doch. War jetzt eine Zeit, dass das mal funktioniert, ne? Vielen Dank fürs Ansehen. Servus.